... Einmal ist hier erstmal noch niemand. Oh, hey, na? Okay. Äh. Chappert schon mit den Dingern. Hallo? Hallo? Okay, halt nichts. Nein, da wollte ich. Du bist noch da? Ja. Ich bin hier niemand. Nur das eine Skelett. Ich war ein Gepäer hier. Das Bidze nehmen wir auch mit. Oh. Dann sammeln wir mal das Erste. Äh, Erste. Das Erste. Das Erste im Dusern. Da war er. Soll ich das hier von der Seite machen? Oder wir machen mal Lärm hier unten. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Ne. Dann stellen wir uns hier hinten hin. Ein Sack. Mit 5 Groschen. Das hat sich ja fast gelohnt. Wahrscheinlich liegen unter dem Stein jetzt hier irgendwelche wertvollen Sachen. Oh, Eisenerz. Nehmen wir auch mit. Gut, dass das hier leuchtet. Warum auch immer. Geht's dir doch nur was tolles. Einmal nicht. Geht's dir doch nicht. Ups. Geht da wohl nicht. Wurde es mir dunkel laufen. Ich weiß nicht, ob hier vorne noch irgendwas oder wer ist. Oh, ja. Der sieht ja geil aus. Oh. Velosh. Velosh hält einiges aus. Oh, nein. Es tut mir leid, Filou. Ich hab kein Mana mehr. Hau ab. Stirb. Nein, nein. Nimm, nimm, nimm. Was ist du gerade vor mir? Oh, kacke. Wie viele kommen denn da? Ähm. Ich hab kein Mana mehr. Ist gerade nicht so cool. Warte. Ich muss mal gucken, ob ich hier was in meiner Tasche habe. Äh. Ich glaube, hier können wir schon einen größeren nehmen, wa? Oh. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir immer erst einen machen und dann zwei. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh. Sieht gut aus. Fuck. Au. Ja, ist doch gut. Lass mich doch mal... Ja, das, äh... Gut. So, Reloche. Haben wir die nicht schon? Hier war Filou eigentlich schon wieder tot. Hier war Filou eigentlich schon wieder tot. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Das ist eine Schatulle. Gut, dann kommt man da hin, aber wie kommt man zurück? Muss man dann durchs Wasser? Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns hier oben schnell um. drüben. Was ja. maybe... Nein. Aber nein... Problem ist, wenn wir da jetzt runterspringen, unser Schloss nicht knacken können, ist halt total verschwindet. Wir speichern mal. Jetzt habe ich das Quecksilbererz oben vergessen. So, erstmal können wir das hier aufmachen. Das ist ein Granat. Ja. Okay. Und dann springt... So, jo. Ne, so, so. I don't know. Hopp. Ha. Problemlos. So, bist du hier? War das wahrscheinlich oben? Komm mal hier runter. Bist du immer noch nicht hier, oder? Doch da. Jetzt ein Unterwasserhund. Gibt's hier was? Hallo? Irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Geh. Nee. Hinwebens. Nicht schön. Rechern. Auch hier hoch. Wird gerne erst hier hoch. Aber wie kommen wir da hin? Müssen wir da irgendwo rein? Oh, wir hätten da einfach rüber gehen können. Na gut. Wieso bist du gerade durch die Falle gelaufen? Ah. Achso. Sind wir auf der... Ah. Ich weiß aber gar nicht, ob hier jetzt noch jemand ist. Mal gucken. Nein? Niemand? Das ist gut. Wo wir nämlich rumlaufen. Haben wir jetzt noch schnell das Erz. Hier. Gucken wir da unten weiter. Nö, so große Höhlen sind eigentlich, äh, recht geil. Oh, guck mal. Da stehen Bibis und Butt-Held. Oh. Wiederwürdig. Nee, war doch nicht richtig. Oh nein. Mana wieder voll werden lassen. Dann war halt erst dich. Und treffen mich. Au. Oh, echt jetzt? Und der genau in dem Moment vor uns helft den. Oh, wir können gleich das Licht wieder anmachen. Am besten, ich lege mir das mal. Oder nee. Wir legen das auf die 7. Wofür ist der hier? Macht der irgendwas? Hat der nicht viel zugemacht? Oder war die zu? Ist auf jeden Fall noch ein Skelett. Man hört das immer so schön. So. Brauchen wir bitte einen neuen Filou? Nee. Wird die schon wieder angezündet? Manchmal frage ich mich, wer der Dümmere von uns beiden ist. Du sagst jetzt wieder ich. Boah, extra auf die Taste gelegt. Da geht's da zu dem Ding, was wir brauchen. Wo geht's hier hin? Vielleicht geht's da weiter. Ich weiß es noch nicht. Oh. Watt. Der einfach nix. Wo ist denn da wer? Nice. Da hab ich nicht mal gesehen. Ja, ich bin manchmal ein bisschen langsam. Ist okay. das Ratten? Jo. Sind Ratten. Au. Du. Zauber noch. Dich aufhören. Okay, da muss ich mich noch dran da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass den Zauber nicht zu früh loslasse. Gut, aber wir wollen jetzt oben lang. Wir könnten eigentlich mal wieder was essen. Ich glaub, das machen wir jetzt auch vorher. Oder noch irgendwas um die Ecke kommt. Oh, wir haben einen Heiltrank nehmen müssen. Oh. Ich denke, gebackene Kartoffeln ist genau das Richtige. Ich hab auch Bock drauf. Geht zwar nix, aber wir schießen einfach mal. Ich hab sogar getroffen. Tschüss. Einfach zu auffällig. Es war zu ruhig. Oh, speichern. Dann brauchen wir einen neuen Filum. Merke, Taste. Wind. Hier. Oh, den Tisch mit Essen. Und was vom Rattenfänger-Set. Ich bin so extrem langs. Ich kann auch nicht mehr springen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin so dumm. Ihr tragt zu viel. Hm? Gut. Äh. Ist natürlich jetzt doof. Sterketrank. Zehn Minuten können wir mehr tragen. Komm rein damit. So. Was ist hier geflatscht? Dachdachs. Noch was? Oh. Scheiße. Okay, wir schmeißen ein paar Sachen weg von denen, die nicht verzaubert sind. Die sind nicht ganz so viel wert. Ähm. Moment, was haben wir für Schuhe? Achso. Okay. Was macht denn dieser Helm? Irre Rüstung. Nee, danke. Hier, guck mal. Die Handschuhe können weg. Die teilt alles nichts, ne? Okay. Oh, hier. Nee, 1,5. Ich dachte 15. Hm-mm. Ja, die alten Roben weg damit. Auftrag können wir mittlerweile auch wegschmeißen. Oh, den Becher weg. Müssen unbedingt Ordnung machen. Können wir mal? Ach ja, wir sind bei alles. Wunderbar. Guck mal bitte nach Gewicht. Was haben wir denn so an schweren Sachen dabei? Ja. Weg. Weg. Ehrenfeld weg. Da haben wir den Hammer dabei. Damit. Hm. Eingebackenes Pferdefleisch. Wiegt. 2. Kilo. Oder einheiten. Doch, wenn man das hier nennen will. Das ist krass. Käse. Genauso. Alter. Reise. Macht Käse eigentlich? Oh, auch essen. Das ist gut. Wir sollten öfter essen. Ihr Wildpilz. Weg damit. Messerchen brauchen wir auch nicht mehr. Wir können uns ja jetzt eigentlich immer was beschwören. Ausgesetzt wir haben Mana. Geht dreimal das Buch. Dreimal weg damit. Brauchen wir auch nur einmal. Das auch. Das auch. Das haben wir hier noch. Menschliches Herz. Biet auch eins. Oder essen wir doch mal eins. Giftschaden erkundet. Schön. Ähm. Der Schaufel haben wir auch dabei. So, warte mal. Die brauchen wir aber. Können wir nicht wegwerfen. zum Gräber ausheben. Ja gut. Das sollte jetzt erstmal reichen. So, Philo. Du bist jetzt noch ein bisschen da. Da ist er. Weichern nochmal. Ja, das ist es. Hörst du auf? Jetzt zieht Mana ab. Hör auf der mich. Ich hab schon wieder zu viel losgelassen. Mein Gott. Jetzt haben wir noch. Ich bin nicht ganz so zielsicher. Tut mir leid. Jo. Und wieder irgendwas, was einfach viel zu schwer ist. Wo können wir jetzt? Hm. Wir könnten das selber trinken. Aber werden wir dann schöner? Ach komm, wir sind ein Arschloch in dem Fall. Leben erhöht. Leben erhöht. Rhetorik erhöht. Wow, es gibt ein Auto-Walk. Ich brauch gar nicht mehr nach vorne drücken. Ist ja super. Gut, aber alles wollte ich gar nicht. Ich wollte... Äh... Ja. Fällt noch acht Minuten. Gut. Äh... Im Moment. Hm. Hält noch 24 Sekunden. Es ist cool, dass man das hier nachgucken kann. Was wollte ich denn jetzt gucken? So, wegen dem, was wir eben gefunden haben. Aber ist das hier bei? Nee, ne? Guck mal, ja. Sieht nicht so aus. Ring, set, kappe, set, 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 set. Nö. Gut. Gucken wir jetzt da runter. War ich dann vorher nochmal? Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit mit erhöhter Tragekraft. Moment, ich fette schon wieder hoch. Ich fette gerne vorher hoch. Ich nehme immer den falschen, ne? Äh... Ich fette nicht. Ich fette jetzt auch hoch. Gucken wir mal hier lang. Jo, hi. Wo, der ging daneben? Blue? Blue? Die schießen auf mich. Die schießt daneben. Oder trefft hier die Wand. Und... Auf. Warum? Warum hat er den abgebrochen? Nicht weglaufen. Ey, 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 ey. So. Während Philo hier hinten noch wegläuft, gehen wir mal ein Stück zurück. Wir brauchen mal noch. Komm doch, wenn du das traust. Komm doch. Ne? Ne? Oh, shit. Betraut dich wirklich. Nein! Achste das. Au. Irgendwas besonderes? Doch. Knochen. Noch mehr Knochen. Okay, es tut ne Rolle. Ne, sowas haben wir weggeworfen extra. Jo. Wo noch mal die Giste? Nehmen wir. Das haben wir scheinbar. Wackel brauchen wir nicht. Noch ein Ambrosia-Rezept, was wir noch nicht hatten. Ah, jetzt. Dann lassen wir wieder auf. Lä, 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 lä. Aber es ist ganz schön hell hier. Oh, das Licht aus. So. Entweder sind wir jetzt da unten rausgekommen oder wären wir hier hochgekommen, oder was? Au. Verdammt. Das ist so mies. Ne, warte mal. Geht's hoch. Oh. Jo. Gut. Ne? Oh, was? Ne. Also, es ist nicht mies, dass diese drei Pfeilen hier liegen, sondern dass du aus dem Hellen hier ins Dunkle kommst und die hier liegt halt direkt im Dunkeln. Oh. Jo. Und auch noch unter der Erde. Müssen wir uns beeilen. Unseren Trank. Müssen wir hier lang? Oh, ich hab wohl getroffen. Ne, gut. Ne, gut. Ausnahmsweise. Ja, hier geht's raus. Was haben wir hier noch? Forschen nehmen wir mit. Tränke nehmen wir mit. Sonst nichts? Gut, perfekt raus. Jetzt heißt es schnell zur Stadt, damit wir irgendwo verkaufen können. Ja, hier geht's raus. Vielen Dank.